Manfred Manglitz ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Karriere Manglitz spielte von 1961 bis 1963 für Bayer 04 Leverkusen. 1962 stieg er mit Leverkusen in die Fußball-Oberliga West auf. In der Oberligasaison 1962-63 kam er zu 26 Einsätzen für Bayer 04, das als Aufsteiger den 9. Platz erreichte. Von 1963 bis 1971 spielte er als Torwart in der Fußball-Bundesliga zunächst für den Meidericher SV bzw. nach dessen Umbenennung 1967 für den MSV Duisburg und schließlich für den 1. FC Köln. Manglitz war der erste Torhüter, der in der Bundesliga ein Tor erzielte. Im Juni 1967 traf er für den MSV gegen Borussia Mönchengladbach per Elfmeter zum 1 zu 3. In der Nationalmannschaft fand er von 1965 bis 1970 Berücksichtigung. Er nahm an der Fußball-Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko teil und belegte mit der Mannschaft den dritten Platz. Manglitz, aufgrund seines großen Mundwerkes auch Cassius genannt, war dann in die Vorgänger-Rund um den Bundesliga-Skandal 1971 verwickelt, als er Kickers offenbar eindeutige Angebote in Sachen Spielbeeinflussung machte. Er beendete nach der Saison 1971 ein und siebzigstel zunächst seine Karriere, da er wegen Bestechlichkeit lebenslang gesperrt wurde. Nach seiner Begnadigung 1974 spielte er für den FSV Gebäudereiniger Köln, bevor er 1975-76 als Torwart des 1. FC Milheim-Stürum noch einmal in den bezahlten Fußball zurückkehrte und einige Spiele in der 2. Bundesliga bestritt. Später wandte er sich vom Fußball ab. Um 1975 zog er nach Spanien und eröffnete dort ein Restaurant. Manglitz war vor 1989 mit Irma Esch, der heutigen Frau des Bauunternehmers Josef Esch, verheiratet. Erfolge 1964 Deutscher Vizemeister 1966 DFB-Pokalfinale 1970 DFB-Pokalfinale 1971 DFB-Pokalfinale Statistik 4 Länderspiele für Deutschland 1 B-Länderspiel 1 U-2-3 Länderspiel Oberliga West 26 Spiele für Bayern 04 Leverkusen 65 Spiele für den 1 FC Köln 2. Bundesliga 5 Spiele für den 1 FC Milheim DFB-Pokal 10 Spiele für den 1 FC Köln UEFA Pokal 9 Spiele für den 1 FC Köln Siehe auch Deutschland bei der WM 1970 in Mexiko Bundesliga-Skandal Untertiteln vonchan Tablet 3 FC Köln 1 2 8 9 10